Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Scharinger. Ich bin mitten in den Vorbereitungen, dass ich eine weltweite gemeinnützige Alternativwährung mit dem Namen Yin-Yang Asadin vorschlagen werde. Und ich habe mich mit einem Finanzexperten unterhalten und der hat gemeint, solche Komplementärwährungen bräuchten, also zusätzliche Regionalwährungen bräuchten, einen eigenen Wechselkurs. Und da habe ich mich mal hingesetzt und einige interessante weltgeschichtliche Ereignisse angeschaut und da die Jahreszahlen zusammengeschrieben, zusammengerechnet und dann durch die Anzahl der Beiträge geteilt. Also ich habe da praktisch einen Durchschnitt ausgerechnet. Und es gibt ungefähr 160 offizielle Währungen auf der Welt und da habe ich, bin ich jetzt fleißig, da habe ich die Wechselkurse berechnet. Also ich bin auf einem Wert von 5, da ist praktisch ein Yin-Yang Asadin, abgekürzt JJA, 25 Euro entspricht. Das ist der Wechselkurs und auf dieser Grundlage habe ich die restlichen Wechselkurse ausgerechnet. Und ich habe es zuerst alphabetisch geordnet, die Wechselkurse und dann nach Kontinenten. Und jetzt bin ich eben dabei, mir die Währungen anzuschauen, die den einzelnen Weltsprachen zuzurechnen sind. Und Englisch habe ich jetzt schon veröffentlicht und ich habe jetzt schon alles vorbereitet und jetzt kommt eben Arabisch dran. Und da geht es los mit den arabischen Dirham, mit dem bezahlt man in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den bezahlt man in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da komme ich auf einen Wechselkurs mit dem Yin-Yang Asadi oder abgekürzt JJA, also da entspricht einem JJA oder Yin-Yang Asadi 6,25 AEM oder arabische Dirham. Dann die nächste Währung in Bahrain spricht man noch Arabisch. Da bezahlt man mit dem Bahrainischen Dinar, abgekürzt BHD. Und da entspricht ein Yin-Yang Asadi 60,75 BHD oder Bahrainische Dinare. In Djibouti spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem Djiboutischen Fron und der hat eine Abkürzung von, der wird mit DJF abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 4860, ein Viertel bzw. 0,25 DJF oder Djibouti Fron. Dann spricht man noch in Algerien-Arabisch. Da bezahlt man mit dem Algerischen Dinar, der wird DZD abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 3703, DZD bzw. Algerische Dinare. In Ägypten spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem ägyptischen Pfund. Das wird EGP abgekürzt. Da komme ich auf einen Wert für einen Yin-Yang Asadi oder abgekürzt JJA von 842 EGP. Oder ägyptische Pfund. Die nächste Währung ist NAGFA. Mit der bezahlt man in Eritrea. Und diese Währung wird ERN abgekürzt. Da komme ich auf einen Wert von 412,405 ERN oder NAFKA. Auch in Äthiopien spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit dem äthiopischen Bier. Und diese Währung wird ETB abgekürzt. Da komme ich auf einen Wert für einen Yin-Yang Asadi oder JJA abgekürzt von 1483,5 EGP oder äthiopische Bier. In Israel und in Palästina spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem israelischen Schekel. Und der wird ILS abgekürzt. Da komme ich auf einen Wert für einen Yin-Yang Asadi oder abgekürzt einen JJA von 99 ILS oder israelische Schekel. Und auch im Irak spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit dem irakischen Dinar. Und der hat die Abkürzung IQD. Und da komme ich auf einen Wert von 35.765 ein Viertel bzw. 0,25 IQD oder irakische Dinar. Und auch im Iran wird Arabisch gesprochen. Da bezahlt man mit einem iranischen Real. Und der hat die Abkürzung IRR. Und da komme ich auf einen Wert von 1.161.294 IRR oder iranische Real. Das nächste Land ist Jordanien. Da wird auch Arabisch gesprochen. Und da bezahlt man mit dem jordanischen Dinar. Und der hat die Abkürzung JOD. Und da komme ich auf einen Wert von 19.5 JOD oder jordanische Dinare. Und auf der Inselgruppe der Komoren spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem komorischen FRO. Und der wird KMF abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 12.403 ein Viertel bzw. 0,25 KMF oder KomorenFRO. Auch in Kuwait sprechen zumindest manche Leute Arabisch. Und da bezahlt man mit dem kuwaitischen Dinar. Der wird KWD abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 8.5 KWD oder kuwaitische Dinare. Im Libanon bezahlt man mit dem Pfund. Da wird auch Arabisch gesprochen. Und da diese Währung kürzt man mit LBP ab. Und da komme ich auf einen Wert von 0,001525 LBP oder libanesische Pfund. Und in Nordafrika, in Libyen spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem libyschen Dinar. Und der hat die Abkürzung LYD. Und da komme ich auf einen Wert von 130 LYD bzw. libysche Dinare. Und auch in Marokko und in der Westsahara spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit dem marokkanischen Dirham. Der wird MAD abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 277,75 MAD oder marokkanischer Dirham. Und in Mauritalien spricht man auch Arabisch. Da bezahlt man mit dem Oguia. Der wird MRO abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert von 940,75 MRO oder marokkanischer Oguia. Das nächste Land ist der Oman. Da wird auch Arabisch gesprochen. Und da bezahlt man mit dem Omanischen Real. Und der hat die Abkürzung OMR. Und da komme ich auf einen Wechselkurs von 10,5 OMR bzw. Omanische Real. Und auch in Katar spricht man Arabisch. Da bezahlt man auch mit Real. Und der Katarreal wird QAR abgekürzt. Da komme ich auf einen Wechselkurs für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt von 100 QAR oder Katarreal. Und auch in Saudi-Arabien spricht man Arabisch. Da bezahlt man auch mit einem Real. Und der wird SAR abgekürzt. Da komme ich für einen Yin-Yian, Asadi oder abgekürzt Jogja-Tar auf 103 SAR bzw. Saudische Real. Und auch im Sudan spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit einem sudanesischen Pfund. Und das hat die Abkürzung SDG. Und da komme ich auf einen Wert von 16453,25 bzw. 0,25 für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt. Und auch in Somalia wird Arabisch gesprochen. Da bezahlt man mit dem somalischen Schilling. Und der wird SOS abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wechselkurs für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt von 15.628,5 bzw. 0,5 SOS oder somalische Schilling. Und auch in der Republik Südsudan spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit einem südsudanesischen Pfund. Und das wird SSP aufgekürzt. Da komme ich auf einen Wechselkurs von 3580,25 bzw. 0,25. Südsudanesische Pfund oder SSP. Und auch in Syrien spricht man Arabisch. Da wird mit dem syrischen Pfund bezahlt. Das kürzt man SYP ab. Und da komme ich auf einen Wert für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt. An 68,528,1 Viertel bzw. 0,25 SYP oder syrische Pfund. Und auch in Tunesien spricht man Arabisch. Da bezahlt man mit dem tunesischen Dinar. Und der hat die Abkürzung TND. Und da komme ich für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt. Auf 83,75 bzw. 3,25 TND oder tunesische Dinar. Und auch in Tansania wird Arabisch gesprochen. Da bezahlt man mit dem tansanischen Schilling. Und der wird TZS abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wechselkurs für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt. Von 63,900 tansanische Schillinge oder TZS. Und auch in Jemen, an der Südküste der arabischen Halbinsel wird Arabisch gesprochen. Da bezahlt man mit dem jemenitischen Real. Und der wird YER abgekürzt. Da komme ich für einen Yin-Yian, Asadi oder JJO abgekürzt. Von 6,881 ein Viertel bzw. 0,25 YER oder jemenitische Real. Und auch im Senegal spricht man arabisch. Da bezahlt man mit dem westafrikanischen Fron. Und der wird XOF abgekürzt. Und da komme ich auf einen Wert für einen Yin-Yian, Asadi bzw. JJO abgekürzt. Von 0,0375 XOF oder westafrikanische Fron. Und auch auf Zypern spricht man arabisch. Da wird man einen Euro bezahlt. Da macht ein Yin-Yian, Asadi bzw. ein JJO 25 Euro aus. Und auch im Chad spricht man arabisch. Da bezahlt man mit dem zentralafrikanischen Fron. Und der wird XOF abgekürzt. Da komme ich für einen Yin-Yian, Asadi bzw. JJO abgekürzt. Von 0,0375 XOF bzw. zentralafrikanische Fron. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.